Hi, das sind die Roadblockers, mein Billard und wir raffen was mehr. Wir raffen nicht, wie das hier funktioniert. Wie soll man denn so eine Kugel da rausbiegen? Wie soll das denn sonst funktionieren? Ja, das sind wir, die Road, die sind schwarz, muss in die Mitte hin, aber sonst passt die eigentlich. Anders hab ich auch nicht so was hier gekriegt, es ist halt so. Fang an, Roadblockers Cut. Mein Gott, zeigt es bloß niemanden. Und die Kamera aus! Weitere Zoll Weitere Zoll